So, einen wunderschönen guten Tag. Moin zusammen. Sieht das nicht geil aus? Unglaublich, ne? Also man kann es auch gar nicht sagen, oh ist das toll oder so. Nein, das ist einfach nur entgeil. Wir sind jetzt hier gerade in unserer neuen Filiale im Ohlandpark in Kaltenkirchen. Hier sind jetzt die ganzen Regale noch leer, aber das wird sich ändern. Kai, das wird sich ändern. Das wird sich ganz schnell ändern, denn wir werden die Regale zügig füllen, damit wir denn am 14. September da vorne die Türen öffnen können. So sieht es aus. Und dann gibt es die Damenschuhe von Größe 42 bis 46 und Herren von 46 bis 54 hier im Ohlandpark in Kaltenkirchen. So sieht es aus. Wir freuen uns irrsinnig darauf, dass wir hier mit Kaltenkirchen endlich unsere Dependants in Schleswig-Holstein haben. Das war schon ganz, ganz lange unser Wunsch. Und auch unsere Kunden haben gesagt, das wird jetzt endlich mal Zeit. Und jetzt ist es auch soweit und wir freuen uns tierisch. Genau. Also wir kommen auf alle Fälle und lassen uns da nicht mehr aufhalten. So sieht es aus ab dem 14. September. Bis dann. Bis dann. Ciao.